Hey Leute, ich zeige euch meine Top 20 der besten Artbooks aller Zeiten. Ihr wisst, in der Vergangenheit habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um euch die schönsten und wertvollsten Artbooks zu zeigen. Meine Güte, ich habe ein Vermögen für diese Bücher ausgegeben, ihr werdet es nicht glauben, aber ich liebe Kunst und ich liebe Artbooks und die Artbooks, die ich euch gleich zeigen werde, sind einfach das Schönste, was die Manga-Kunst zu bieten hat. Das, was ihr gerade sehen könnt, sind die Artbooks, die es nicht in meine Top 20 geschafft haben. Naruto Uzumaki, das dritte Artbook, wirklich, wirklich kein schönes Artbook. Ich habe mehrmals auf die mangelhafte Koloration hingewiesen, die dieses Artbook einfach disqualifizieren für die Top 20. Demon Slayer, dazu muss ich keinen Kommentar abgeben. Wirklich furchtbarer Manga und fast so furchtbares Artbook. One Piece, ich habe alle One Piece Artbooks und keines davon hat es in die Top 20 geschafft, bis auf eines. Diese Artbooks sind ungleich besser als die Demon Slayer und Naruto Artbooks. Trotzdem haben sie es nicht geschafft. Daran merkt man, wie groß die Konkurrenz ist. In den Top 20 bekommen wir wirklich die Crème de la Crème. Was haben wir hier noch? Naoki Urasawa. Ich mag dieses Artbook, Leute. Naoki Urasawa, es ist kein Geheimnis, ist nicht der größte Zeichner von allen. Trotzdem hat er mit seinen bescheidenen Mitteln das Beste rausgeholt, was geht. Und ich mag einfach seine Aquarelltechnik, Leute. Ich mag es, dass er damit frei rum experimentiert und sich gewisse Risiken traut einzugehen. Trotzdem hat es dieses Artbook auch nicht in die Top 20 geschafft. Das Berserk Artbook auch nicht. Auch ein mittelmäßiges Artbook, aber schön ist was anderes. Das liegt vielleicht daran, dass hier die früheren Werke des Künstlers enthalten sind. Damals war er noch nicht der weltgewandte Künstler, als der er heute angesehen wird. Und nicht einmal dieses Jojo Artbook hat es in die Top 20 geschafft. Warum? Ganz einfach, Leute. Dieses Artbook ist fast schon so ein Scam. Schaut euch das mal an. Die Hälfte des Buches besteht aus Kommentaren und Interviews. Und die andere Hälfte besteht aus Artworks, die nur mittelmäßige Druckqualität haben und nicht die beste Seite von Arakis Kunst zeigen. Also, keine weiteren Diskussionen. Lasst uns anfangen mit der Top 20. Und Naruto hat es mit dem dritten Artbook zwar nicht ins Ranking geschafft, aber das zweite Artbook verdient es doch zumindest, hier gezeigt zu werden. Ich finde, beim zweiten Artbook hat er seinen Höhepunkt gehabt. Ein paar seiner schönsten Illustrationen finden wir hier. Also, falls ihr euch ein Naruto Artbook kaufen wollt, wenn es denn sein muss, kauft euch das zweite Artbook. Eine meiner Lieblingsillustrationen aus ganz Naruto. Es ist echt schon ziemlich gut gemacht. Schaut euch diese Perspektive an. Schaut euch an, wie perfekt die Farben passen. Hier auf der einen Bildseite haben wir grün. Toller Kontrast zum Gelb und zum Rot und zum Orange. Super gut gemacht. Eine der besten Zeichnungen vom Künstler. Dennoch gibt es auch hier ein paar mittelmäßige Zeichnungen, die keine Erwähnung bedürfen. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr unbedingt Naruto haben wollt, greift zum zweiten Artbook. Übrigens, das Sunken Rock Artbook hat es auch nicht geschafft. Ich feiere diese digitale Kunst von ihm nicht. Seine Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind sehr viel besser. So, Platz 19 geht an One Piece Dragon. Das beste One Piece Artbook, wie ich finde. Schaut mal her, Leute. Odar hat viel zu tun in seinem Leben und seine Zeichnungen leiden stark darunter. Wir bekommen auch hier viel, viel mittelmäßige bis super schlechte Linienführung zu sehen und auch mangelhafte Koloration. Ja, aber auf der anderen Seite bekommen wir dafür auch ein paar farbenfrohe Illustrationen, die alle eine kleine Geschichte erzählen. Solche Illustrationen sind super aufwendig und er nimmt sich trotz der mittelmäßigen Ausführungen die Zeit dafür, das Ganze gut zu gestalten und eine Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel hier wird auch eine kleine Geschichte erzählt. Man sieht hier die Leute am Strang chillen und die Fantasie wird angeregt dadurch, dass wir nicht eine einzige Palme sehen können. Wir sehen die Palme nur mit Hilfe der Schattierung auf der Haut der Figuren. Solche Kleinigkeiten machen den Künstler, vor allem guten Künstler, und auch solche Stilwechsel, wie hier zum Beispiel, wo Ruffy in einem ganz anderen Stil gezeichnet ist, auch wunderschön mit Copic Marker koloriert. Es sieht verdammt schön aus. Sowas mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen das beste One Piece Artbook. Und falls ihr japanisch könnt, es gibt hier noch ein Interview mit dem Zeichner von Detective Conan, Leute. Unfassbar. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Dieses Artbook lohnt es sich zu besitzen. Das nächste Artbook. Wieder ein Künstler, der nicht unbedingt zu den Besten zählt. Und ich verspreche euch, nach diesem Artbook geht wirklich die Supreme Liga los. Tokyo Ghoul Re-Illustrations von Sui Ishida. Warum ist dieses Artbook vor One Piece? Es ist eine berechtigte Frage. Ich sage euch, warum. Sui Ishida ist nicht der beste Zeichner. Ganz gewiss nicht. Dieses Artbook verzichtet drauf, die Figuren in interessanten Perspektiven zu zeigen. Die Bildkomposition ist immer sehr, sehr ähnlich. Kein Vergleich zu One Piece. In One Piece sehen wir die Figuren in den aberwitzigsten Posen, aberwitzige Perspektiven. Unfassbar, was man bei One Piece geboten bekommt. Bei Sui Ishida sehen wir eher konservative Posen und oft eben nur Köpfe und Halbfiguren. Das ist sehr, sehr schade. Hier genauso. Es ist wirklich selten, dass wir die Figuren in abwechslungsreichen Perspektiven zu sehen bekommen. Warum ist dieses Artbook aber trotzdem auf Platz 17? Ganz einfach, meine Freunde. Ich liebe die Farben von Sui Ishida. Schaut euch mal die Color Illustration von Shujin X an. Das sind ein paar grandiose Cover Designs und hier zeigt er uns eine andere Kostprobe seines Könnens. Ich finde, die Farben harmonieren alle super gut. Er geht selten schlechte Farbcombos ein und er zeigt uns eben auch, was mit digitaler Kunst alles geht. Diese Farbillustrationen haben so viele verschiedene Schichten. Wir bekommen ja random Flecken von Lila zu sehen, die aber alle scheinbar kalkuliert sind. Also mit Farbe kann er gut umgehen und es ist einfach ein Abenteuer fürs Auge, hier ein bisschen durchzublättern. Aber wie gesagt, es sind immer wieder dieselben Frontalperspektiven. Super langweilig, was Bildkomposition angeht. Dennoch spannend, was Farben angeht. Geiles Werk und macht total Spaß. Aber wenn ihr euch ein bisschen mehr für Kunst interessiert, merkt ihr früh, dass dieses Artbook nicht zu den Besten gehört. Verspreche ich euch. So, jetzt kommt das erste richtig krass Artbook. Akira Club von Katsuhiro Otomo. Der Mann, der Akira gezeichnet hat, hat uns hier eine Zusammenstellung seiner besten Werke geliefert. und ich habe die französische Ausgabe. Es spielt aber keine Rolle. Die deutsche und englische Ausgabe ist noch etwas größer vom Format her. Ich empfehle euch zur deutschen oder englischen zu greifen. Was ich an diesem Mann liebe, ist einfach die Vielfältigkeit seines Stils. Er schafft es, durch relativ simple Bildkomposition großen Eindruck zu erwecken. Schaut euch mal an, wie schön dieser Kontrast ist zwischen diesem grünen Umhang, der italienisches Dunkelgrün zeigt. Die Lieblingsfarbe von Akira Toriyama übrigens. Toller Kontrast zwischen grün und rot. Eine simple Frontalperspektive. Der Unterschied zwischen solchen Illustrationen und denen von Sui Ishida ist einfach, dass seine Illustrationen hier eine Geschichte erzählen. Wir bekommen einen Hintergrund. Wir bekommen hier eine interessante Pose, eine interessante Haltung der Figur zu sehen. und kleine Geheimnisse innerhalb des Bildes, wie diese Ziegelsteine, die hier random rumliegen. Man fragt sich, was hat das zu bedeuten? Und all das harmoniert perfekt und macht ihn zu einem ungleich besseren Künstler als Sui Ishida. Also zwischen dem hier und Tokio Ghul liegen Dimensionen, Leute, Dimensionen. So, auch eine der schönsten Illustrationen von Akira. Der Mann arbeitet mit Gouache und Aquarellfarben, Leute. Und so fühle ich mich, wenn ich zu oft am Handy chille. Echt heftige Illustrationen. Und wir bekommen eben nicht nur diese fertigen Illustrationen, sondern auch Zwischenschritte zu sehen. Seine Denkprozesse. Sowas liebe ich über alles. und sein Stil generell ist ziemlich interessant. Es ist ein eher westlicher Stil, aber trotzdem vollzieht sich hier eine Symbiose zwischen westlichem und japanischem Stil. Seine Figuren sehen wirklich japanisch aus. Ey, Leute, ich liebe diese Illustrationen und ich liebe es, dass wir auch hier verschiedene Farbschämen zu sehen bekommen. Wir tauchen ein in den Denkprozess des Künstlers und jetzt wir bekommen nicht nur Farbillustrationen, sondern auch schwarz-weiße Illustrationen, bei denen der Künstler gleichermaßen glänzt. Unfassbar geiles Artbook. So, dann haben wir wieder ein besonderes Artbook. Detektiv Conan The Complete Colorworks. Meine Freunde, wir bekommen hier 20 Jahre Kunst in einem Buch zu sehen. Dieses Artbook hat mir mein Freund Lazar geschenkt. Checkt seinen Channel ab, Leute, ich werde ihn hier verlinken. Leute, der Typ hat einfach so das beste Sengoku-Video aller Zeiten gedroppt. So, warum liebe ich die Zeichnung von Detektiv Conan? Erstens, der Mann arbeitet mit Aquarellfarben. Künstler, die mit Aquarellfarben arbeiten, haben sowieso direkt Sympathiepunkte. Ich finde, Aquarellfarben wirken immer etwas organischer, immer etwas lebhafter als Copic Marker-Farben. Es ist natürlich Geschmackssache. Ich finde, es gibt Künstler, die sind mit Copic Marker unfassbar gut, aber solche Aquarellfarben haben immer diesen Oldschool-Touch und was ich übrigens auch bei Jojo so krass finde, ist, der Mann zeichnet ja noch länger, er zeichnet über 30 Jahre schon und trotzdem hat er nicht wie viele andere Künstler zur digitalen Kunst gewechselt. Bis heute zeichnet er immer noch auf die gleiche Art und das finde ich faszinierend. Aber jetzt geht es um Detektiv Conan. Der Mann zeigt uns seine ganze Bandbreite. Seine Bildkompositionen sind manchmal konservativ, aber indem er dieses grundlegende Spiel von Kunst etabliert, schafft er doch eine große Wirkung zu erzeugen. Wir haben hier in diesem Bild zum Beispiel eine einfache Diagonale, die gekreuzt wird durch diese Szene. Lebhaft fürs Auge, Toriyama geht oft ähnlich vor. Und was ich so faszinierend finde, ist auch hier wunderschöne Farbkontraste. Im Vordergrund dominiert dieses Rot und das Grün und im Hintergrund das Blau. Mega clever gemacht. Und es ist einfach faszinierend zu sehen, wie der Künstler sich entwickelt und schließlich auch tolles Bild, Leute. Schaut euch mal dieses Rot im Zentrum des Bildes an. Geiles Bild. Es ist interessant zu sehen, wie er dann schließlich zur digitalen Kunst wechselt und trotzdem seinen Charme beibehält. Ich schau mal, ob ich hier eine meiner Lieblings Illustrationen finde. Conan auf dem Motorrad. Wo hatten wir das? Ne, hat auch hier geile Illustrationen. Auch er zeigt uns, wie schön digitale Kunst sein kann. Tolle Pose von Hey G. Sympathisches Lächeln von Conan. Geil. So, das nächste Artbook ist das günstigste und beste Artbook, was ich euch empfehlen kann. Also Preis, Leistung geht einfach nicht besser. Bleach All Color But Black. 20 Euro habe ich damals dafür bezahlt. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt kostet. Egal, ob ihr es auf Englisch oder Deutsch kauft, es spielt keine Rolle. Kubo ist einfach ein unvergleichlich krasser Künstler. Er stellt mit Leichtigkeit die anderen Mitglieder der Big Three in den Schatten. Naruto und Bumpies haben einfach absolut keine Chance. Also nicht mal im Entferntesten haben sie eine Chance gegen sein zeichnerisches Können. Wir bekommen nachher noch ein Bleach Artbook zu sehen und dort sind Illustrationen die Oda und Kishimoto wirklich von Knight ablassen lassen. Heftiger Künstler. Seine Technik ist wirklich sehr vielseitig. Wir bekommen vielseitige verschiedene Bildkompositionen zu sehen. Wir bekommen verschiedene Stile zu sehen. Guckt euch mal dieses Bild an, Leute. Ich liebe es, wie er einfach mit Pinselstift hier grob umgeht und scheinbar bedenkenlos zeichnet. Aber ich muss euch enttäuschen, all das ist kalkuliert. Der Mann überlegt sich ganz gut, wo die Bildinhalte transportiert und zugeordnet werden. Echt unfassbar krasses Artbook. Ich liebe es. Es war auch eines meiner absolut Lieblings Artbooks. Als ich ganz jung war, eines meiner ersten Artbooks. Ich glaube, das Ding besitze ich schon 15 Jahre. Unfassbar krass. So, kommen wir zum nächsten Platz, meine Freunde. Innocent Bleu, das Artbook von Shinichi Sakamoto. Tolles Artbook, Leute, aber nicht eines meiner Lieblings Artbooks. Es kommt in zwei Teilen. Einmal in Schwarz-Weiß-Illustrationen Interviews. Einmal zu den farbigen Illustrationen. Ich habe bei Shinichi Sakamoto das gleiche Problem, was ich bei Boichi habe. Seine Schwarz-Weiß-Illustrationen sind einfach besser als seine farbigen Illustrationen. Ich finde, sein ganzes Können kommt hier nicht zum Vorschein. Seine Illustrationen sind schön, keine Frage, aber es gibt Künstler, die das machen, was er macht und es viel viel besser machen. Zum Beispiel Takeshi Obata, der Zeichner von Deathmode, hat eine ähnliche Vorangehensweise, einen ähnlichen Detailgrad und zeichnet für mich sehr viel schöner. Und ich finde, zu den Farbillustrationen von Obata gehört sehr viel mehr Können dazu, als zu diesen hier. Dennoch tolles Artbook. Alter, was für ein kitschiges Motiv. Ich und Totköpfe sind sowieso ein paar der kitschigsten Symbole, die man benutzen kann. Trotzdem, ich möchte nicht meckern. Es ist wirklich meckern auf höchstem Niveau. Die Illustrationen sind trotzdem schön, aber sie gehören nicht zu meinen Favoriten. Leute, Da Vinci bekommt einfach in Innocent Rouge einen Gastauftritt, wie er die Mona Lisa zeichnet. Ich finde faszinierend, dass er keinen entspannten Gesichtsausdruck hat, sondern einen angespannten Gesichtsausdruck einfach faszinierend. Geiles Artbook. Kommen wir zum nächsten Platz. The Artwork of Berserk. Ihr seht, das andere Artbook hat es nicht reingeschafft, dieses Artbook allerdings schon. Ich frage mich, bei welchem Platz wir sind. Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Acht, Neun, Zehn, Elf, Zwölf, Platz 13, Leute, an The Artwork of Berserk. Warum bekommt dieses Artbook so einen hohen Platz, obwohl das andere Artbook es nicht geschafft hat? Das andere Artbook hat uns frühere Illustrationen gezeigt. Hier bekommen wir das Magnum Opus von Kentarum Jura. Und Leute, ich wünschte, ihr könntet dieses Artbook anfassen. Es fühlt sich so hochwertig an. Ich möchte dieses Artbook küssen, ich möchte das Artbook mit ins Bett nehmen und es hat einfach die schönste Rückseite von allen Artbooks, die ich kenne. Wie toll sieht diese Rückseite aus. Ich liebe das Design dieser Rüstung, ich Künstler gibt als ihn. Wir bekommen hier beeindruckende Schwarz-Weiß Zeichnungen. Endlich ein Artbook, wo verstanden wird, was man möchte. Auch bei Kentarum Jura. Es ist wirklich diese heilige Dreifaltigkeit der Künstler, deren Schwarz-Weiß Bilder besser aussehen als deren Farbillustration. Boichi, Sakamoto und Kentarum Jura. Beide, alle drei Künstler malenden Schwarz-Weiß besser und dieses Artbook bringt wirklich die Stärken des Künstlers zum Vorschein. Seine Schwarz-Weiß Illustration sind einfach sehr viel besser als seine Farbillustration sehr viel besser. Guckt euch das an. Wie beeindruckend ist die dunkle Fantasie dieses Künstlers. Unfassbar. Es gibt hier noch so ein Alter Schwede guckt euch das mal an. Wie schön kann eine Doppelseite sein, Leute. Wie schön ist diese Perspektive, wie märchenhaft ich möchte eintauchen in diese Welt, Leute. Ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich selber gelesen habe. und und es gibt und es in voller Perspektive, wo man sein Profil sieht. Ich frage mich, wo ich dieses Bild habe. Es muss weiter vorne sein. Und dieses Bild, was ich euch zeigen möchte, ich hoffe, ich finde es sehr bald. Leute, guckt euch diesen vielsagenden Gesichtsausdruck an. Ich kann mir wirklich vorstellen, was Guts in diesem Moment denkt und fühlt, obwohl ich keine Ahnung habe, was im Manga gerade passiert ist. Guckt euch diese wunderschöne Schrafur an. Dieser Blick, jedes Detail vom Auge ist sichtbar. Tolles Bild. Ich liebe es. Eines meiner Lieblingspläger ist ganz berserk. So, Platz 12 geht an Evangelion und Sadamoto. Was für ein Hardcore underrated Künstler. Guckt euch mal dieses Format an. Meine Güte, wie riesig ist dieses Artbook. Vergleich das mal mit dem Artbook von Shinichi Sakamoto. Großer Sprung in der Qualität finde ich. auch Sadamoto zeichnet sowohl digital als auch manuell und trotzdem haben auch seine digitalen Illustrationen nichts von ihrem Charme verloren. Ach Leute, das hier ist nicht einmal das beste Evangelium Artbook. Es gibt noch eins, das heißt Kamin. Das hat auch mein Kumpel Lazar und er hat mich dazu inspiriert, dass ich mir das auch holen möchte. Ich hole es mir irgendwann auch. Dennoch ist hier eine befriedigende Auswahl an Illustrationen zu sehen. Ich liebe diese Effekte mit Aquarell. Man weiß nicht, ob das hier im Hintergrund der Himmel oder die Erde ist. Toll gemacht. Tolle Schatten, tolle Gesichtsausdrücke, tolle Bildkompositionen. Ich liebe diese Dinger, die man immer am Strand findet. Leute, Evangelion hat so viel zu bieten. Ich werde niemals verstehen, wie Leute diesen Anime nicht auf dem Radar haben. Und das Verrückte ist, der Manga ist sogar noch besser, wie ich finde. Hot Take. So, auch hier vielleicht meine Lieblingsillustration aus ganz Evangelion. Reya Yanami, ich habe es schon hundertmal gesagt, in ihrer Verletzlichkeit zu sehen, am Pool, auf einem Schuldach scheinbar. Ich liebe Schuldach Szenen. Schaut euch die verschiedenen Farbtöne an. Es ist unglaublich schwer, so viele Aquarellfarben zu mischen und tolle Farbübergänge zu erzeugen. Und dieses Artbook macht es so toll. So viele Geheimnisse, so viel angenehme Atmosphäre. Ich liebe es. Wirklich toll. Und wie gesagt, auch digitale Illustrationen. Jawohl, meine Freunde. Meine Güte, wie krass sehen diese Sachen aus. Dieses Symbol hat mich übrigens zum Drivers High Podcast Logo inspiriert, meine Freunde. Tatsache ist, man kann nichts damit falsch machen. Und das Beste, es ist super günstig. So ein riesiges Buch, super günstig, unfassbar. So, das nächste Artbook, welchen Platz sind wir? Platz 12, jetzt kommt Platz 11. Platz 11 teilen sich zwei Artbooks, nämlich die Slam Dunk Artbooks. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich das erste Slam Dunk Artbook nehmen, einfach, weil wir hier insgesamt mehr Mut bekommen, mehr Wartnis, mehr Aquarellillustrationen, super untypisch für einen Künstler auf diese Art zu kolorieren, interessante Kontraste selbst auf der Haut, Leute, bekommen wir ein interessantes Farbenspiel zu sehen, blaue Kontraste zur roten Hautfarbe, super interessant, super schön und generell, wir bekommen oft nicht einmal Konturen zu sehen, Leute, der Künstler verzichtet oft auf komplette Konturen und lässt das Licht die Arbeit des Modellierens machen, hammergeil, super interessant, gewagte Bildkompositionen, ich liebe es, es macht total Spaß, vielfältig, vielleicht nicht der Künstler auf seinem Zenit trotzdem interessantes Artbook und Platz 11 verdient, Leute, Slam Dunk Illustration 2 Plus hat wahrscheinlich das coolste Format für ein Buch, ich weiß nicht, ob ihr das begreift, Leute, aber das hier, das Buch ist einfach viereckig und super unangenehm für das Bücherregal, aber super angenehm durchblättern, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt könnt, aber diese Innenseite hat die Struktur eines Basketballs, hier bekommen wir zwar auch viele seiner klassischen handgemachten Illustrationen zu sehen, aber eben auch digitale Kunst und Schwarz-Weiß Zeichnungen und das macht einfach furchtbar viel Spaß, meine Freunde, trotzdem, ich finde insgesamt das andere Artbook irgendwie cooler, so, ich bin froh, dass Slendart endlich auf Deutsch erscheint, hier kommen an in der Top 10 und dort haben wir wieder ein riesiges Artbook, was relativ teuer ist, nämlich das Death Note Artbook, meine Freunde, in der Top 10 erwartet uns der Superlativ, bessere Illustrationen gibt es nicht, vergleicht das mal mit den Illustrationen von Shinichi Sakamoto, meine Freunde, ich finde, hier liegt ein Quantensprung an Leidenschaft zwischen diese Illustrationen sehen so viel lebhafter, so viel echter, so viel vielversprechender aus und wenn ich mich entscheiden müsste, welches Artbook an sich die beste Qualität von allen Artbooks hat, dann würde ich sagen, dieses Artbook, wir bekommen so viele verschiedene Seiten, die sich so hochwertig anfühlen, der Preis für das hochwertigste Artbook geht an Takeshi Obatas Blanc et Noir Ich muss euch unbedingt eine Illustration hieraus zeigen, die für sich alleine schon so viele andere Manga-Künstler von Neid ablassen lässt. Guckt euch diese Doppelseite an, das hat Playstation 2 Spiel illustriert und jetzt kommt's, man kann das Ding sogar aufklappen und das fühlt sich auch super hochwertig und schaut euch diese Kirschblüten an, toll designt und alles, wirklich alles nur mit Copic Marker gemacht. Bester Mann, ein Genie. Leider kostet das Ding um die 60 Euro, ich weiß nicht wie viel das Ding heute kostet, aber ich sag euch eins, jeder Penny, jeder Rubel ist es wert dieses Artbook zu besitzen. Als nächstes Platz 9 das Jojo A GoGo Artbook, endlich das erste Jojo Artbook. Man klappt es auf, es gibt viel zu sehen, aber warum wir das Artbook wirklich haben wollen, ist natürlich nicht das hier und nicht das hier, diese kleinen Sidebooks und sowas, wir wollen dieses Mainbook haben und dort finden wir Jojo Illustration im besten und schönsten Format, nämlich groß. Ich habe dieses Artbook damals für 70 Euro gekauft auf Ebay Kleinanzeigen. Ich habe meine Artbooks übrigens, falls diese Frage noch öfter kommt, ich kaufe meine Artbooks immer von Ebay Kleinanzeigen, Ebay und Amazon und Amazon. Auf Ebay gibt es die meisten, die ich nur aus Japan bestellen kann. Und auf Amazon gibt es auch hin und wieder welche aus Japan, aber auf Ebay haben wir die meiste Auswahl. Guckt euch mal an, wie schön dieses Bild groß ist. Araki hat hier noch nicht seinen ganzen Höhepunkt erreicht, trotzdem macht es Spaß sich diese Illustration in diesem Format anzuschauen. Toller Druck, gute Qualität, dieses Gold sieht wirklich aus wie echtes Gold, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Es macht einfach Spaß sich das anzugucken. Ich habe nie verstanden, was aus Jotaros Hand hier geworden ist. Irgendwie sieht das sehr komisch aus. Es gab hier noch eine Illustration von Jojo Part 5, die so toll war, die muss ich euch zeigen, im großen Format. Ich habe gerade Spaß, das Ding auszupacken, Leute. habe Spaß daran, hier rum zu blättern, weil ich dieses Artbuch schon länger nicht mehr gesehen habe. Schönheit in der Perfektion meine Güte. Wie hübsch sieht das bitte aus. Diese Illustration bekommen wir nicht mal in Jojo Welle Artlook in diesem Format. Guckt euch das an, meine Freunde. Unfassbar krass. Unfassbar krass, was man hier für das Geld geboten bekommt. Meine Güte. Auch ein paar der schönsten Illustrationen von Araki überhaupt. Man sieht nicht das komplette Bild. Die Fantasie wird angeregt, sich vorzustellen, was da noch kommen könnte. Leute, das ist ein gutes Zeichen, wenn man sich in einem Artbook verliert und nicht mehr rauskommt. Wenn das der Fall ist, dann weiß man, man hat ein gutes Artbook vor sich. Diese Illustration wollte ich euch zeigen. Guckt euch mal an, wie hübsch sie ist. Schaut euch mal dieses Gesicht vom Stand an. Schaut euch die Perspektive Verkürzung an. So muss man sich Zeichnungen angucken. In Großformat. Meine Güte. Ich liebe dieses Artbook. Ich habe mich eben gefragt, wie konnte dieses Artbook vor Defnot sein, aber jetzt, wenn ich hereinblättere, erkenne ich das. Übrigens nimmt diese Platzierungen nicht allzu genau. In der Top 10 ist es nicht schlimm, wenn sich einige Werke tauschen vom Rang. So, das nächste Artbook. kommen Platz 10, 9, 8. Das Dual Artbook von Yogi Oh. Oh Leute, so ein seltenes Artbook. Auch ein Geschenk von meinem Kumpel Lazar. Es ist wirklich selten, dass man eine Zusammenstellung von Katsuki Takahashis Zeichnungen bekommt. Er hat nur zwei Artbooks. Fast keiner dieser Künstler, die ich euch gerade gezeigt habe, hat so wenige Artbooks wie er. Und es ist schon erstaunlich. Schaut euch mal One Piece an. One Piece hat über 10 Artbooks. Mehr als 10 Artbooks, wenn man die Anime Artbooks noch mitzählt. Und von seine Frisur. Das Tolle an diesem Artbook ist, dass ihr nicht nur traditionelle, sondern auch digitale Kunst bekommt. Ihr merkt, digitale Kunst ist immer wieder ein Thema unter Manga Zeichnern. Schaut euch mal diese Perspektive von Buster Blader an. Auch hier wird mit der Fantasie gespielt. Ich liebe es, wenn im Bild nicht alles gezeigt wird, sondern der Leser auch seine Instinkt und seine Fantasie benutzen muss, um sich den Rest hinzuzudichten. Schaut euch an, wie Buster Blader gerade vor einem Kampf steht. Man sieht den Gegner nicht, man sieht nur den Schatten des Gegners und sowas stimuliert auch unsere Sinne. Die Götterkarten. Meine Güte, neu interpretiert. Ich möchte euch unbedingt die Handgemachten, die traditionelle Kunst von dem Künstler zeigen, nämlich meine Güte, ihr seht auch hier verliere ich nicht. denn die traditionelle Kunst des Künstlers darf nicht unterschätzt werden. Kazuki Takahashi ist einer der besten Manga Künstler überhaupt, meine Freunde. Man kann diesen Mann gar nicht hoch genug in den Himmel loben, denn der Mann hat so einen krassen Manga gezeichnet. Schade, dass wir hier nicht noch ein paar Schwarz-Weiß-Seiten aus dem Manga bekommen. Die bekommen wir im Dual-Art-Book von ihm zu sehen, nochmal Ich liebe diese Szene in der Spielhalle, in der Arcade. Das gibt mir richtig geile Old-School-Vibes, Leute. Die Figuren chillen einfach Slice-of-Life-mäßig und cooler Schriftzug. Ja, Leute, das hat er alles mit der Hand gezeichnet. Guckt euch mal diese Illustration an. Muss ich noch was dazu sagen? Es kommt hier noch eine, glaube ich. Ja, hier. Absolut genial. Liebe geht raus. Hammergeiles Buch. So, das war ich ja Platz jetzt. Das war Platz 8. Jetzt kommt Platz 7. Das Jojo Nickel Art Book. Auch relativ günstig für das, was es ist. Hier finden wir insgesamt die reifesten Werke von Araki. Seine neuesten Werke. Leute, ich kann es nicht erwarten, bis mal wieder ein neues Artbook von ihm raus kommt. Ich kann es wirklich nicht erwarten, egal was es kostet, ich werde es mir holen. Die neuesten Werke von ihm, schaut mal her, Leute, hier sehen wir nochmal dieselbe Illustration aus dem Jojo Agogo Artbook. Ihr merkt, was für ein Unterschied es ist, wenn das Bild klein ist und nicht dieselbe schöne Druckqualität hat. Dieses Artbook hat wirklich nicht die schönste Druckqualität und trotzdem ist es so hoch positioniert, einfach und allein aus dem Grund, weil es seine neuesten Bilder hat und Araki hier wirklich auf seinem Zenit gezeigt wird. Unfassbar. Geiles Artbook. Holt es euch, wenn ihr die besten Werke von Araki haben wollt. Aber es geht noch weiter. Welcher Platz war das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jetzt kommt Platz 6, meine Freunde. Das Water Artbook von Inoue, dem Zeichner von Slam Dunk. Unfassbares Artbook. Ich weiß, ich nehme dieses Wort unfassbar oft in den Mund. Aber dieses Artbook ist einfach ein Erlebnis, eine kleine Offenbarung. Auch er zeigt uns hier seine Aquarellkunst, aber nicht wie bei Slam Dunk noch im Rohstadium. Hier ist seine Aquarellkunst super reif und super vielfältig. Er arbeitet auch hier wenig mit Outlines und lässt die Aquarellfarbe wirklich fließen, meine Freunde. Fließen ist das Stichwort, wenn man mit Aquarellfarbe arbeitet. Ich liebe es, wenn Künstler Risiken eingehen und der Aquarellfarbe ihren Lauf lassen, auch wenn das schwer zu kontrollieren ist, auch wenn dabei ein paar Wasserflecken entstehen wie hier, es ist nicht schlimm. Ich liebe es auch, dass man manchmal die Bleistift Zeichnung noch sehen kann. Die Vorzeichnung super sympathisch schon super schöne Illustration hier drin krasses Artbook wirklich krasses Artbook auch hier lässt er die Aquarellfarbe fließen und erzeugt damit den Effekt von Unschärfe ich liebe es selbst solche kleineren Illustrationen ohne viel Aufwand sehen toll aus einzig und allein weil die Farbe lebt die Aquarellfarbe lebt Platz 6 teilen sich diese beiden Artbooks das Water und das Sumi Artbook wenn ihr euch entscheiden müsst greift lieber zu diesem Artbook das Sumi Artbook ist ganz cool aber es sind hier nicht einmal die besten schwarz-weiß Illustrationen des Künstlers beziehungsweise die besten schwarz-weiß Seiten des Mangas zu sehen es gibt wirklich bessere greift lieber zum Manga wenn ihr sowas haben wollt das ist übrigens das Cover der Wispic Platz 5 geht an ein verhältnismäßig mikriges Artbook das Jojo Artbook Heroico Araki Works es zeigt uns fast 30 Jahre Kunst vom Künstler wir fangen an mit seinen allerersten Artworks wenn man wie sieht denkt man sich der Mann soll ein Künstler werden der was auf dem Kasten hat und dann sehen wir Schritt für Schritt seine Entwicklung zum Zeichenstil von Part 8 meine Güte diese Entwicklung hätte ich keinem anderen Menschen zugetraut er ist wahrscheinlich der Künstler mit der krassesten Entwicklung überhaupt und es ist relativ naja was heißt günstig es kostet zwischen 80 und 100 Euro aber es lohnt sich meine Freunde es lohnt sich wirklich eines meiner ersten und teuersten Artbooks so Platz 4 geht an das Bleach Jet Artbook dieses Artbook ist schwer zu überschätzen es ist eines der schönsten Artbooks eines der hochwertigsten Artbooks und eines der Artbooks mit den krassesten Illustrationen überhaupt also ihr merkt dass dieser Mann so weit nach oben geschafft hat wie viel Distanz zwischen ihm und One Piece und Naruto ist ich finde ein paar wenige seiner Bilder reichen aus um ihn als einen relevanten Künstler zu etablieren meine Güte ich zeige euch ein Bild ich muss es euch zeigen ich finde es gleich ich liebe diese Farbe von dem Weizen vom Weizenfeld und dem Rot sehr ungewöhnliche Farbkombination aber es funktioniert schaut euch mal diese Illustration an Leute das hier ist übrigens die zweite Inspiration für mein Drivers High Logo Evangelion plus diesen zweiköpfigen Adler hat mich dazu inspiriert die zweiköpfige Taube für das Drivers High Logo zu machen aber generell ist diese Illustration perfekt um das Können von Kubo zu zeigen die Positionierung der Figuren die Fantasie die Farbgestaltung die Spiele mit Licht und Schatten unfassbar gut liebe dieses Bild eines meiner absoluten Lieblingsanime Illustration überhaupt bzw. Manga Illustration und es kommt dazu es gibt sogar zwei Artbooks Leute aber das Ganze hat auch seinen Preis das hier ist das teuerste Artbook was ich besitze es kostet um die 500 Euro meine Güte aber ich bin ehrlich ich würde es wieder kaufen kommen wir zu Platz 3 Takeshi Obata Never Complete dieses Artbook hat einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht in meiner Top 20 ich hatte es früher weiter hinten positioniert jetzt aber weiß ich die Qualitäten des Künstlers immer mehr und mehr zu schätzen was der Mann auf die Reihe bringt während andere Künstler kommen und gehen es ist unbegreiflich für mich wie man so eine Meisterschaft mit dem Medium erwerben kann hier sehen wir nochmal die Illustration für sich und alleine schaut euch mal das Spiel der Farben auf seiner Hose auf seiner Kleidung an dieses Blutrot an den Seiten einfach wunderschön schöner geht es kaum also ihr merkt die Illustration von Shinichi Sakamoto können hier nicht mithalten also für mich ist das eine andere Welt das soll kein Disrespect an Sakamoto sein er ist trotzdem einer der krassesten Künstler überhaupt aber auch hier mega cool dass wir die Zwischenschritte sehen wie der Künstler vorgeht das hier ist womöglich das beschissenste Format für einen Artbook überhaupt was soll das das sieht aus wie so ein Schulblock aber trotzdem sind die Zeichnungen so krass dass man nur verliebt sein kann selbst bei Hikaro Nogo auch ein Frühwerk von ihm war ja schon unvergleichlich krass auch hier liebe ich dass man diese Manga diese Manga Seiten zu sehen bekommt und die fertigen Illustration ich liebe die Rauheit ungescannte Manga Seiten ungedruckter Manga Seiten man sieht noch an den Seiten Notizen des Künstlers die Seitenanzahl mit Bleistift und alles drum und dran Hammer und wir bekommen hier auch Zeichnungen von Bakuman zu sehen schaut euch mal an wie groß die Variation seines Könnens ist er kann super ernste Sachen zeichnen wie Death Note und auch super verspielte Sachen wie hier in Bakuman beides macht er unvergleichlich gut tolles Ding und er ist hier noch nicht einmal auf seinem Höhepunkt ich glaube er ist noch besser geworden derzeit Platinum End das Manga Cover eines der schönsten Manga Cover überhaupt und am Ende sehen wir noch eine unvollständige Illustration ich hätte alles dafür gegeben sie vollständig zu sehen das hier ist auch eines seiner krassesten Werke auf YouTube gibt es ein Tutorial der das mal leider auch unvollständig so mein Platz 2 geht an Jojo Vella ein massives Artbook riesengroß genau wie das Jojo A. Gogo Artbook warum ist das vor Jojo A. Gogo einfach weil wir hier nochmal ein paar neuere Illustrationen zu sehen bekommen das ist der einzige Grund Jojo Part 8 Illustration im Großformat besser geht es nicht besser geht es einfach nicht wie schön kann etwas sein kein Mensch auf der Welt hätte geglaubt dass man diese Farben miteinander kombinieren kann und trotzdem macht er es ich hätte niemals die Idee gehabt niemals ein rosa Himmel für den Hintergrund zu benutzen und nochmal rosa dieselbe Farbe für das Auto im Vordergrund zu benutzen so clever so mutig seine Farb war und auch hier dieses Bild mit Jolin und boah auch hammergeil davon gibt es auch ein Tutorial auf YouTube dieses Bild mit Bruno und Jolin in Florenz geht es denn eigentlich besser als das irre ich liebe es das hier ist mein Platz 2 jetzt bevor wir zu Platz 1 kommen ein paar Honorable Mentions zum Beispiel ein paar Artbooks von Akira Toriyama ich hatte keine Ahnung wo ich sie positionieren soll in Dragon Quest bekommen wir ein paar seiner letzten traditionell kolorierten Werke zu sehen allein deswegen verdient dieses Ding eine Honorable Mention 2006 hat er das gezeichnet glaube ich ne 96 sorry eine der letzten Illustrationen die er mit der Hand gemacht hat ab 2000 ab 2001 ungefähr hat er nur noch digital gemalt deswegen ist das was super besonderes für mich aber auch seine digitalen Werke sind Oberaffen geil einfach interessant genauso wie das The World Artbook von ihm hier gibt es noch Zeichnungen von Dr. Slump so noch eine Honorable Mention die es nicht in meine Top 20 geschafft hat sind die Artbooks von Himyung Ji das hier ist ein Ranking von Manga Artbooks deswegen ist sein Werk nicht mit dabei aber ihr seht wie viele Zettel ich mir hier reingemacht habe das zeigt wie krass diese Werke sind Himyung Ji Rest in Peace hat ein paar der besten Illustrationen und Zeichnungen überhaupt angefertigt was der zu bieten hat das bekommt man nirgendwo sonst aber eben weil es ein Manga Art Ranking ist und kein generelles Artbook Ranking gehört es nur in die Honorable Mentions wenn das nicht der Fall wäre wäre dieses Artbook wahrscheinlich die Nummer 1 aller meiner Artbooks was der Mann kann kann kein anderer der hat der spielt in einer anderen Liga er könnte auch ein Maler der Renaissance sein er würde trotzdem erfolgreich sein wirklich krasser Typ so die Nummer 1 geht selbstverständlich an mein Artbook Leute das beste Artbook was jemals gemacht worden ist mit den besten Zeichnungen überhaupt ja wohl die gibt es nur bei mir kleiner Scherz ich liebe das Artbook trotzdem Leute es hat mich so viele schlaflose Nächte gekostet die 1 ist und bleibt Dragon Ball A Visual History von Akira Toriyama es ist und bleibt für immer mein Lieblings Artbook ich habe kein Artbook öfter durchblättert ich besitze kein Artbook länger als dieses Artbook und die Freude die es einem Menschen bereiten kann ist nicht in Worte zu fassen wir bekommen einfach alles von Toriyama zu sehen bis 2013 beziehungsweise alles von Dragon Ball mein einziger Wunsch wäre wenn das Artbook etwas größer wäre es wäre noch noch beeindruckender als es ohnehin schon ist wir bekommen nicht nur seine Aquarellillustrationen zu sehen Jesus guckt euch das an wir bekommen auch seine digitale Kunst zu sehen und in beiden Bereichen hat er Meisterleistungen abgerufen Leute ich feiere seine digitale Kunst mittlerweile genauso sehr wie seine traditionelle Kunst es hat lange Zeit gebraucht bis ich mich an diese Werke gewöhnen konnte aber mit der Zeit liebe ich diese Dinge immer mehr und mehr vor allem wenn man sich anguckt so weiß was für eine Meisterschaft er es digital gebracht hat dieses kleine Bild ist eine seiner besten Illustrationen und Zeichnungen überhaupt tolle Perspektive toller Aufbau von Farbkontrasten und Schatten und Lichtspiele und absolut geniale Linienführung und es ist relativ günstig Leute ich glaube es kostet um die 30 Euro mittlerweile ich habe es damals für ich glaube 25 gekauft kaum zu glauben oder 35 Toriyama Rest in Peace der Mann der mich zum Künstler gemacht hat dieses Artbook hat mir so viel beigebracht über Kunst über Verständnis über Bildanordnung Posen Perspektiven mehr habe ich noch in keinem Artbook gelernt und so viel dazu schreibt mir gerne von was für Artbooks und Büchern die euch noch Reviews wünscht ich werde bald Literaturcontent häufiger machen Katsache aber ist ich hoffe ihr habt Spaß gehabt bei diesem Video falls jemand weiß wo ich diese Zeichnungen von Toriyama die hier auf dem Cover sind irgendwo finden kann in einem Artbook sagt mir gerne Bescheid Leute ich werde es mir holen ich werde nochmal ein extra Manga Artstyle Ranking machen welcher Manga Künstler hat den besten Artstyle dazu werde ich eine Top 10 machen und ich werde noch meine Lieblingsmanga Cover mit euch teilen meine Freunde ein mit Liebe gestaltetes Manga Cover passend für dieses geniale Werk Toriyama wird immer mein Held sein Leute ich wünsche euch was ich hab euch Liebe